herzlich willkommen zusammen heute spielen wir Riftbreaker wird eine special folge werden als erstes erstmal alles abfackeln was uns im weg steht und schön bodenplatten verlegen so als erstes müssen wir uns aber erstmal um die energie kümmern die immer noch nicht fertig ist 22 minuten energie speicher wo ist denn das 21 da das so und gehen wir zum sonnenhauptquartier wir haben nämlich null energie aber wo war denn das scheiße oh Waffen verloren wir haben unser Flammenwerfer mal wieder verloren der ist da weil dann wenn wir uns den als erstes holen weil ohne geht ja gar nicht wo ist denn die ah wir haben den Flammenwerfer gar nicht dabei das ist ja doof so wo ist unser Hauptquartier oh Gott alles so groß gebaut da muss man kurz reparieren und dann Flammenwerfer anlegen oh haben wir nur den schlechten das jetzt aber so Flammenwerfer 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 nur den kleinen das jetzt aber da ah dann können wir gleich erst erstellen im besseren wir brauchen unbedingt mehr energie so fangen wir mal mit den schönen bodenplatten an oh ne ich hatte angegriffen war ja klar so bodenplatten so jetzt schnell ein paar hinstellen so so hier ein paar hier ein paar oh nein wir werden angegriffen da unten dieser blöde stein ist schon tot okay also mit einer Atomrakete raufschießen bringt's so reparieren so hier noch ein paar hin ressourcen haben wir genug wir brauchen aber unbedingt das strom upgrade so so jetzt fähig schon wieder angegriffen so jetzt fähig schon wieder angegriffen so so jetzt fähig schon wieder angegriffen so krebs sehen wir jetzt erstmal eine mauer super hier hätten wir schon upgraden können so eine tür hören sie immer gut unsere geliebten bodenplatten die machen uns auch beim schneller wenn wir irgendwo hin wollen so war kleine wachtürmchen das braucht ein kleines bisschen das geht ja dann noch die gehen wir so auf den keks die werden gleich erstmal alle abgeschlachtet wo ist denn jetzt aber jetzt haben wir den flammenwerfer nicht eingepackt flammenwerfer ausrüsten so muss das schönen knoten punkte damit auch genug strom überall haben als serien reparatur turmin es ist mir ja level 2 haben wir noch nicht von den flammenwerfern so es dürfte erstmal einigermaßen reichen so dann oben dann auch direkt kerne haben wir noch genug so hier haben wir schon ein paar türme hingestellt letztes mal so hier noch ein flammenwerfer da ein flammenwerfer kleines mauerchen drumherum natürlich dann hier oben auch wieder eine tür einbauen ganz wichtig die vergesse ich ab und zu mal dann können wir hier noch ein paar energie kerne und speicher können wir ruhig auch nochmal hinstellen so energie speicher noch können wir die ja nicht aufrüsten hier noch ein paar hin solaranlagen jetzt werden wir schon wieder angegriffen ist ja nicht wahr so jetzt haben wir dann auch genug strom hier oben dann gehen wir uns eigentliche ziel bodenplatten wir lieben bodenplatten jaja erstmal alles aufpacken und braucht kein mensch kann alles weg burn 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 brennen brennen ach scheiße ich habe so einen kack steigen geweckt zum glück kommen atomraketen alles abwackeln platz schaffen für die schönen bodenplatten ach hier haben wir noch einen geothermalen schlot können wir noch ein bisschen strom machen das ist doch schön guck mal wie schön die brennen können brennen 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 da 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 so alles klein holzen steht ja eben noch im weg dann bauen wir uns direkt hier bis zum geothermalen schlot da haben wir einen fels können wir wieder unsere mauern hinzlang ziehen so 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 und wie ich ja anfangs erwähnte unser generelles ziel ist dann das ganze level schön zu betonieren so in zweieinhalb minuten können wir unsere energie upgraden auch ach nee stirb los geht doch hier fehlt nämlich noch ein raketenturm wir werden ja schon wieder angegriffen andauernd kommen sie hier ab an so wir machen jetzt trotzdem oben weiter so 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 jetzt alles aufgräten so haben wir direkt strom ohne ende so die könnten konnten wir alle abgraden gucken wir hier welche stehen an ja hier die können wir zum beispiel erst mal verkaufen das können wir noch gebrauchen so energie 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 wo haben wir die hingestellt hier können wir auch gleich die mauer abgraden wenn wir schon hier sind zum glück muss man nicht alles einzeln und kann hier direkt alles abgehören so die hier so dann müssen wir oh gott hier wollen wir angegriffen ist das schon wieder passiert naja so schlimm ist auch nicht so das upgraden 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 so dann müssen wir mal auf die karte schauen und zwar hier lang so gott hier vielen bodenplatten es geht ja gar nicht so alles upgraden bisschen doof dass man nicht alles auf einmal upgraden kann aber so geht ja auch schon oh gott wir haben keine ressourcen können wir ja mal ein paar monster schlachten hier sind welche so also in welcher er erzählt ja schon wieder jetzt müssen wir mal uns gucken hier haben wir einigermaßen strom so viel strom braucht das dann 500 oh gott naja bleibt uns ja nichts anderes übrig so dann müssen hier halt noch ein paar strom generator nennen da ein paar wir werden auch hier schon wieder auch schon was gehört ups den falschen gebaut so ich muss mal kurz gucken ob wir noch speicher das sind munitions typos feststoff speicher sind aber nicht die wohl doch das könnten die richtigen sein machen wir mal immer schön in drei jahr müssen wir unbedingt das nest zerstören aber arsenal level 2 dauert noch sieben minuten so müssen wir mal gucken wenn die immer aus der selben richtung kommen da war ja klar genau da wo ich stehe kleines erdbeben so ist aber nicht weiter schlimm wie so mal gucken auf der karte so wir könnten das hier noch ein bisschen vorverlagern und zwar hier hin oh ja nee das wollte ich jetzt nicht drücken können wir eigentlich schon nee den können wir noch nicht zerstören schade so machen wir hier ach geht nicht wegen erdbeben oh ja klar so da ein hin da ein hin ein flammenwerfer so ein so ein dann machen wir eine tür am besten so rum und wieder schön stromknotenpunkte muss ja alles verbunden werden ich will uns hier eigentlich auch mal ein paar hochlegen so da auch direkt wir werden ja schon wieder angegriffen das höre ich ja bis hier oben jetzt müssen wir mal gucken wie wir das hier machen okay wir gehen einfach äh falsche toster so ob es erreicht eine atomrakete nicht so weil durch schlamm gehen die anderen monster nicht so komm mit komm mit schön alles anzünden brennen 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 so schön oh gott da sind auch welche dann müssen wir mal jetzt hier doch da schon wieder was gehört gucken dann ziehen wir die mauer hier lang zu dem schlamm den wir später auch noch gebrauchen können und dann machen wir hier auch zu oh ins feuer gelaufen hier ist die karte zu ende dann können wir müssen wir mal gucken bis wo können wir ihn jetzt bauen das oh ah bis hier das ist doch schön dann kommen wir bis hier bodenplatten dann wissen wir auch direkt wo wir bauen und stellen uns hier mauer türme und ganz viel strom so da dann machen wir jetzt hier ganz entspannt eine mauer so da war da aber auch noch durchgehen können jetzt habe ich schon wieder nur level 1er türen gebaut können wir nicht abwenden bin ich mir unsicher ob wir das schon können jetzt wollen wir mal gucken oh ja das geht so dann kommen ja ein paar türmchen hin so ein paar flammentürme da ist die reichweite nicht so hoch aber sich hier mitten reinstellen ist auch nicht so der hit aber zwei flammentürme hier noch ein paar raketenwerfer etwas strom so da ein knotenpunkt hier ein knotenpunkt da 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 hier ein knotenpunkt da 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 so 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 dann haben wir da oben schon mal abgesichert wenn was kommt kommt es nicht so schnell durch aber dann stellen wir uns da auch gute idee erstmal teleporter hin am besten ich ja hier ist okay so stellen wir uns hier noch ein reparatur turm wo geht denn der hält der das da unten mit ja ne also genau so oder so 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 und kaum rede ich davon werden wir angegriffen schlamm 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 alles abwackeln hier auch kein mensch so 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 dann können wir auch gleich wenn wir hier sind kobalt organisieren aber gucken sollten wir vielleicht den level 2 flammenwerfer haben müssen wir mal sehen ein bisschen biomasse ach nee wo ist denn jetzt der stein da ist der stein vorbeigeschossen nee ach der stein ist tot gut so da jetzt hier unten ganz viele noch sind machen wir hier auch noch was oh ja toll nein ah Gott hey warum kann ich jetzt hier bodenplatten legen was zum hä okay ich kann außerhalb der karte bodenplatten legen naja aber seltsam so oh kein strom nee das ist nicht gut hä so stellen wir uns hier strom hin so hier ein paar windanlagen also ein paar solaranlagen oh oh nee und auf jeden fall gleich eine verteidigungsanlage kann ja wohl nicht wahr sein also wo waren wir solaranlagen so dann müssen wir mal sehen komisch also ich kann da zwar bodenplatten bauen aber nicht bauen so dann machen wir das so und ziehen uns hier erst mal eine mauer und ziehen uns hier erst mal eine mauer türen ganz wichtig ha arsenal können wir aufrüsten so dann stellen wir hier nur ein paar türme hin ah kein kobold so ein davon ein davon wo haben wir den hier gestellt da da ja so machen wir hier ein kein kobold das soll man es ja gleich das nicht so schlimm strom und punkte so war das so jetzt haben alle strom so wenn alle strom haben müssen wir mal gucken ja ein paar stromspeicher vielleicht oh hier da fehlt eine bodenplatte geht ja mal gar nicht so schön bodenplatten tagsüber sehen die echt schön aus so so dann haben wir hier welche hier kommen welche hin und jetzt können wir hier jetzt gleich auch das kobold sammeln so eigentlich genau okay wie war das so war das wo ist es hier ist weniger hier ist wieder weniger ja das ist ja nur ein bisschen ist ja wieder nicht genug wir können es hier ein bisschen abbauen das ist auch schon mal schön dann werden wir jetzt ein bisschen das kobold abbauen da unten haben wir keine verteilung da unten haben wir keine verteilung so da oh Gott da fehlt sogar eine mauer ist jetzt aber gar nicht gut schnell upgrade oh Gott ich komme da nicht durch upgrade alles upgrade so verteilung 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 oh nein keine k.i. kerne oh oh das ist jetzt aber das ist jetzt aber ja nicht so gut keine keine so ja dann stellen wir mal oh die verballern so viel energie dann strom upgraden alles upgraden das spiel muss man überall gleichzeitig sein und dann